So, Cash Nummer 12 oder ist es sogar schon 13, Herr Grams? Dr. Grams. Lecker, lecker. Lutscht das Ding auch aus wie ein Affenhirn, ne? Darf ich vorstellen, das ist Sporty Ingo, kämpft mit einer Seeschlange und versucht sie zu killen. Er schafft es, er schafft es. Was ist das Ding? Jetzt sind wir auf der Zebra River Lodge. Ja, irgendwo und nirgendwo. Die Zebra River Lodge sieht man da hinten. Es ist wirklich einfach großartig. Elko und Peter machen die. Die sind so nett. Also Elko hat mich gleich umarmt, obwohl sie mich gar nicht kannte. Jetzt sind noch Leute aus Erfurt da. Das war sehr lustig. Das ist Sascha, ne? Genau. Sascha stand vor mir und sagte, bist du der, für den ich dich hatte? So mitten in der Pampa in Namibia. Und das Schöne ist halt, das sind 125.000 Quadratkilometer. Nur diese Lodge. Und das ist schon geil, wenn du hier stehst und das ist alles meins. Und dann sagt, wie, der Berg da? Nee, noch weiter. Das ist wirklich toll. Wir haben heute wilde Zebras gesehen. Konnte man jetzt auf dem Film nicht so aussehen. Aber irre. Es ist einfach nur irre. Fahrt mal nach Namibia. Ich kann es eigentlich nur empfehlen. Das ist... Daumen hoch. Daumen hoch.